Hallo, wie ihr seht stehe ich auf unserer Schönebecker Dorfwiese. Natürlich nicht ohne Grund. Ihr kennt sicherlich meine neue Aktionen, die ich gestartet habe. Warum Schönebeck so toll ist, sollt ihr mir sagen, ihr Schönebecker Bürgerinnen und Bürger, in kurzen 15 bis 20 Sekündigen Clips. Die werde ich dann nachher zu einem kleinen Film verarbeiten und dann vor der eigentlich eine Uraufführung zeigen. Natürlich wird er nachher auch im Internet zu sehen sein, ist klar. Ich freue mich über viele kreative Beiträge. Je kreativer, desto besser. Ich hoffe, es kommen einige zusammen. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß beim Filmen und ich freue mich auf eure Einsendungen. Bevor ich es vergesse, das Ganze nachzulesen, auf meiner Internetseite www.schönebeck-derfilm.de. Da findet ihr alle Infos, wie ihr mich erreichen könnt, bzw. wohin ihr die ganzen Aufnahmen schicken sollt. Ja, viel Spaß und man sieht sich.